Ja, hallo, wenn... Ah, heiße Kinder, ich bin jetzt da. Ähm, mach halt random. Was ist denn noch frei? Keine Ahnung, weil ich ich war, habe ich schon random genommen. Wollte nochmal Axe nehmen. Äh, scheiße. Äh, ja, ja. Nimm Axe, willst du mit mir tauschen? Also, wenn ich du wäre, würde ich Axe nehmen und mit Cedric swappen. Nein, ich glaube, ich spiele Central War Runner. Also, Mr. Obvious. Wenn ich du wäre, würde ich dir nicht wegnehmen. Also, wenn ich du wäre, würde ich nur zuschauen. So, hast du es jetzt? Äh, äh, hier, äh, Mr. Obvious, soll ich noch einen Carry nehmen? Mr. Obvious, wenn ich du wäre, würde ich Boots fast kaufen. Ich will schon mal einen Korea, okay? Lutscht meine Eier. Okay. Boah, Mann, jetzt macht ihr mich ganz unsicher. Ich weiß nicht, wen ich nehmen soll. Ey, Trollthrower, darf ich deine Juggernaut-Ansage benutzen? Ey, guck mal, wie schnell ich bin. Komm, guck mal, wie schnell ich bin. Okay, dann benutze ich lieber den Nature's Prophet. Wir brauchen nur einen mit-Hero. Ey, Venom-Heads, wenn ich du wäre, würde ich meine Healing-Safe zerstören. Oh, Mann, hey, das war eine Scheiß-Idee. Ich weiß nicht, wen ich nehmen soll. Seh, fick dir. Wenn ich du wäre, würde ich Axe nehmen. Ne, Axe würde ich nicht. Ich habe nie den Opfer zerstören. Ich schaue das Healing-Safe. Ach, komm schon. Also, wenn ich du wäre, würde ich den Held in der Base stehen lassen und nur noch mit Kruhung rennen. Also, deine Healing-Safe ist immer noch heile. Wir können ja kurieren, das ist ja mein Skin, den sieht man ja sonst nie. Ja, ist echt so. Macht die kaputt? Wie viel hat der gekostet? Alter, ihr spielt das ja gar nicht vernünftig. Ja, ich schon, also. Ja, ich habe mir Schuhe first gekauft. Ja, ist ja auch gut so. Ernsthaft. Das habe ich nicht mitbekommen, sorry. Jetzt kann ich dich blocken. Weil du zu schnell bist. Ne, du meinst, wenn ich du wäre, würde ich jetzt die Healing-Safe kaputt machen. Haut das hin, man kann das nicht. Ja, natürlich, Magnus Mitte ist cool. Doch, Magnus Mitte ist wirklich gut. Immer. Wenn ich du wäre, würde ich so tun, als wäre ich ein Creep. Und auch das ist der Feind nicht mehr. Ne, Cedric. Lass mal die Bedingungen beschränken hier auf nicht, äh, nicht Sachen, die das Spiel langweilige machen, sondern eher das actionreiche machen. Cedric, wenn ich du wäre, würde ich first block versuchen. Ja. Ja, mach sowieso immer. Ja, mach sowieso. Da siehst du, first block. First block. Bam, 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 bam. Da, Eichemis. Schön mit, Eichemis. Das hängt ja gar nichts. Ey, jetzt mal ernsthaft. Komm, 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 komm. Komm, hier, hier, hier. Ich habe eingesperrt. Ach komm, scheiße. Komm, ist das geil. Komm, mach mal kurz. Ach, komm, ey. Wie rennst du wieder her? Was ist denn los mit dir? Ja, die wollen, du Bauer. Wenn ich du wäre, würde ich jetzt nicht wegrennen. Ich würde mir erst mal eine Hildesat einpäußchen. Dann würde ich mich freuen, wenn ich einen Ring auf Regen schon habe. Ah, es muss be. Oh. Also, dann kaufe ich mir mal lieber einen. Ah, mein Instincts are key. Ey, da kommt er ja. Ja, hau mal in. Ja, das ist eh schon. Ja, das ist eh schon weg. Wenn I was a little baby boy. Ja, genau. Was soll ich zuerst, W oder E? Ich check das immer noch nicht bei dem. Also, wenn ich du wäre, würde ich echt erst mal... Was ist denn E? Ja, dann würde ich echt erst mal W... Nein, E. E ist der Hau. Ich würde mit mir schnickstack schnuck spielen und jetzt... Ach, komm, ich bin jetzt oben auf die Guides drauf. Standardbild, ich nehme jetzt den schlecht bewertesten. Komm, wieso werden da bloß den Bestbewertesten angezeigt? Wenn ich zu werde, würde ich den schlecht bewertesten... Push Lord Liken is best liken! Den nehme ich jetzt den Bild, okay? So. Der sagt mir, ich soll eh skillen. Wenn ich zu werde, würde ich mich komplett an dem Guide halten und nicht... Nicht davon abweichen. Wie einfach vorgeschlagene Fähigkeit dabei steht, in Großbuchstaben natürlich. Because Passives are easy mode! Ja, steht das so. Ja, wenn ich du wäre, dann wieder. Wenn ich du wäre, würde ich endlich mal leise sein. Es geht nicht, wenn dir das alles in Großbuchstaben geschrieben steht. Deine Vermieter würden sich freuen. Nee, wie viel Uhr haben wir denn gerade? Wenn ich deine Vermieter wäre, würde ich mich freuen, wenn du leise. Okay, danke, Thandro. Okay, kein Problem. Ach ja, was ich euch noch erzählen wollte, ne? Ich weiß nicht, wie meine Skills funktionieren. Ja, wenn ich zu werde, wüsste ich das lieber. Ja, du musst leider jetzt auch den schlechtesten Guide nehmen und den dann hier voll wegziehen. Was muss ich für Items kaufen? Ja, ich habe alle. Nee, ich halte mich schon total an dem Guide. Ja, aber wirklich. Weißt du, was ich aus dem Zweifel finde? Der Kellner hat immer noch so eine B-Nate-Helding-Zelle, ne? Ich habe sogar Förstbad. Ich habe Förstbad gemacht? Was? Wie das denn? Ja, bist du nicht mehr unser Freund. Ja, Cedric, wenn ich du wäre, würde ich jetzt echt mal ein Go machen, langsam. Ich habe nichts mehr. Ach so, das ist echt keine Ausrede. Da, hier, wo du mit Leichen bist. Ist das so schnell? Of course. Das weiß ich auch nicht. Vielleicht hat er Wutz first, weil ich wegen ihm gesagt, wer soll es tun? Ja. Wie wichtig oder was? Ja, richtig. Denied. Äh, Mitte fehlt mir auch, ne, ach ne, noch nicht. Jetzt wieder hier, aber... Was kassiere ich denn die ganze Zeit so? Ja, weil du so viel Ghost machst. Wenn nicht du, werde ich noch einen machen. Du bist ein echt guter Freund. Danke. Hallo, ich will wissen. Woos, okay. Also irgendwie ist der Guide echt bescheuert geschrieben, muss ich sagen. Muss ich sagen. Und die drei. Fähigkeiten. Ihr könnt mich einfach nur stun ihn und nicht wer tut. Sind wir ja nicht. Ja, vielleicht bin ich auch mal nicht. Du, werde ich sagen, so. Du, werde ich ihn jetzt nicht töten. Oder die einfach mal charge oder so. Ja, das ist doch 2.0. Ich will extra aufrufen, weil die Leute nicht spielen können, mit denen ich spiele. Oh, lustig, ne. Jetzt habe ich einen Heil dran. Das ist so lustig. Oh, Hilfe, Hilfe, Samt, Hilfe. Ich kann aber gerade den Eichenmist. Ja, super. Ich kann dir aber auch gefüllt. Ja, und? Ich werde nicht gekämpft, wenn ich gekämpft werde der schnelle Hinschatz. Ja, super. Oh, Mann, hey. Oh, Fide. Oh, wie schnell ist der bitte? Leben sucks, ey. Mach mal den Kruir frei. Wenn ich du wäre, würde ich jetzt den Kruir frei machen. Ja, dann muss er wohl. Ey, ich schau mal mit dem Kruir. Oh, Fide. Nee, ich habe keinen Bock runterzuschauen. Geh zum Sandro, der ist wenigstens lustig. Ja, ist echt so. Der ist sau lustig. Sag mal, wieso hast du mir noch keine Sachen gestellt, eigentlich? Gestellt? Ja, weißt du schon so, wenn ich du wäre und so. Die Wolframat. Oh, das ist, wenn ich du wäre, würde ich mich nicht mögen. Ich sehe so, so ein Autschloch. Ey, Ricky, wenn ich du wäre, dann würde ich jetzt noch Schaden wollen. Ach, komm. Nicht so eine Scheiße. Können wir ran. Ach, fuck. Hey, äh, Lightroxny, wie heißt du? Arnus, ich hätte jetzt einfach Arnus, das kann ich mal erinnern. Arnus, wenn ich du wäre, würde ich Chiann schießen lassen. Ja, Metal Tower ist unter Attack. Oh, jetzt kriegst du aufs Mowu. Ja, so, wir töten sie wieder nicht, oder was? Oh, der ist auch ein Autschloch. Nee, ich habe ja auch ein Autschloch. Die kriegen mich niemals down. Ey, ich habe eine RP-Ready, ne? Soll ich ganken? Ja, wenn ich du wäre, würde ich jetzt ganken mit RP. Toll, das ist wieder in der Aufnahme drin. Jetzt bin ich wieder der Rüppel. Ja, das ist echt so. Du bist der Rüppel. Rüppel-Lore. Ich hätte niesen müssen. Mitte. Fehlt. Of course. Mitte. Achtung, der Charge. Ich will eigentlich ein Misten töten. Okay, hau rein. Und ich will eine Rune haben. Wenn ich die Rüppel für die nächste Rune geben. Nee, das ist gut, da kommt eigentlich ein Misten nochmal. Jawohl, die Generation. Das ist gut. Mann, die sind alle schnell, das ist kacke. Ich brauche Schuhe. Ja, die sind schnell wegen dieser Räder. Ich habe schon gut. Lightrange. Hättest du mal lieber Boots First gekauft. Ja, aber echt, ey. So wie gewisse andere Leute. Also wenn ich du wäre, würde ich Boots First nächstes Mal so sagen, dass du Träuböde auch mitbekommst. Alles mal klar, mach gut. Wenn ich du wäre, würde ich mir jetzt ne Clarity kaufen und sie mir geben. Hallo, wenn ich ihr alle wäre, würde ich jetzt mal mitganken. Ja, nee, du gangst hier. Du musst erst mit Chianti verlassen, dann schau mal weiter. Was für ein Voraussetz. Oh, das war jetzt sausinnlos, ne? Ganz ehrlich, der Troll. Das finde ich nicht mehr in nem Clan, Mann, wegen euch. Der Troll hätte halt auch umfallen können, ne? Sausinnlos von euch, weil wieder kein Bepo hier mitläuft. Wenn ich du wäre, würde ich jetzt mal chillen, mich nicht aufregen. Ja, hallo, wir nennen. Aua, Charge. Lass uns mal hier. Okay. Oh, fuck. Und somehow. Bitte. Bitte. Bitte? Mitte ganken oder so? Mitte ganken ohne AP. Nee, der kommt doch weg. Ah, ja, ja, ja. Äh, kannst du hier noch irgendwie rumhändeln? Na, geht er natürlich in der, ja. Ich bin schneller als die anderen, ich bin cooler. Du bist voll schnell, Mann. Kommt drauf. Warte. Ich hab keine Ahnung. Der war cooler. Als hab ich dir keine Clare-Routine mitgebracht. Ja, ist echt so. Voll die Kacke. Dafür stell ich mal den Boot auf Imt. Los, renn! Aaaaaah! 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 Aua! Ja, ich wollte ja sagen, fehlt nur, dass du für 6 ist und ich bin schon wieder tot. Aaaaaah! Ich geh mal weg. Ja. Komm, komm! Das ist supergeil. Jetzt wird jetzt keine Heilung mehr. Ey, Lykon Schwab, wenn ich du wär, würde ich jetzt umdrehen. Aaaaaah! 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 Was ist das denn da? Aaaaaah! Der ist da noch! Ey, lässt du mir die Last, wenn du das Geld dafür bekommen, weil ich hab ja überhaupt noch nichts. Ja, ich versuch's. Aaaaaah! Kommt schon! Dann! Wieso Charler hier nicht woanders sind? Weil das auch lustig ist. Was für ein Depp. Mit dir schon wieder. Wenn ich du wär, würde ich nicht woanders sind. Die war bottom tower is under attack. Die spielen einfach das selbe Spiel gerade auf der Seite. Ja, wahrscheinlich. Und die denken uns, was spielen die für ne Scheiße? Und die denken sich, was spielen die für ne Scheiße? Ja, ist du da. Ja, was für ne Kacke. Lass mal LOL spielen. Also Cedric, wenn ich du wäre, würde ich LOL spielen. Okay, ja klar. Ach, Kacke. Ich könnte auch mal nen Gank brauchen. Oh, ne Bottle etwa. Oh, komm. Hey Cedric, ich geb dir jetzt mal nichts. Okay, danke. Pass auf. Letztes Mal, als ich Bottle mache, stand ich da in zwei Leuten drin. Weißt du, die waren beide fast tot durch das OP und alles. Und dann ist da keiner. Einer stirbt. Lass mir die bitte. Lass auf Wiedersehen. Ich glaub, du bist der einzige, der den Channel Tryhards ernst nimmt. Ja. Haha. Nebensam bin ich sehr. Hallo, ich Tryharde. Nicht. Nur manchmal. Wenn der Dima so dabei ist, damit der nicht wett wird. Also hier, wer hat denn Gold? Äh, Nurax, wenn ich den wäre, würde ich einen Schleimkurier kaufen. Sehr schön. Haha. Also würde ich halt wirklich... Oh, das ist nett. Oh, danke. Brauchst du ein Firmgy? Ich? Ich? Ja, nein. Ich hab noch eine Wolle. Ähm, Sandro, ich kann keine Schuhe kaufen. Ja? Wär mir im Guide nicht vorgeschlagen. Oh. Scheiße. Dann, nur zwei Schuhe drin. Doch, bei Situationsbedingt werden sie mir vorgeschlagen. Kann ja aber erst mal die Core-Items. Wenn nicht du wäre, würde ich erst mal die Core-Items. Ja, die muss ich mir auf sie erst holen. Situationsbedingt, ey. Auf. Gib mir Geld dafür zu fixen. Ich brauch Schuhe irgendwann mal. Ich pull dir Tangos die ganze Zeit verkaufen. Danke. Wenn ich du wäre, würde ich die Tangos nicht verkaufen. Ich pull dir jetzt mal einen Packen, okay? Oh, nee. Sollen wir hier toppen mit der Runde? Erste Kälte ist die da nicht. Schau dir. Schau dir. Schuhe überlein. Ey, wenn ich hier wäre, würde ich jetzt top eine Runde ausrasten. Ah! Äh. Ja, top. Runde ausrasten hab ich gehört. Dann bin ich natürlich dabei. Auf den Splatoon Break gewinnt das schon. Oder eher auf den Alchemist. Go, 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 go. Auf den... Beide. Troll ist Mist. Oh. Wie, was, wo? Oder halt auf den... Boah, wie wir halt ausrasten, Alter. Ich hätte einfach keine Schule brauch, weil ich der Schnellste... Ausrasten. Der ist keiner irgendwo... Lass mir mal die Thangos jetzt einschliegen, ey. Nur mal so... Weißt, was ich lustig finde? Dass wir den Scheiß trotzdem gewinnen. Mittelskopf. Ja, ich bin schon. Lass mal ein bisschen spannender machen. Ricky, wenn ich du wäre, würde ich einen Divine kaufen. Okay. First, oder was? Ja, ja. Ja, ja. Hey, mal. Zentrick, komm her. Ich hol dir Tango's. Tango's? Poistin? Pole. Pole. Aber du darfst den nicht verkaufen, gell? Yes, that's how it's done. Boah, Mitte, ne? Was hab ich dann davon? Also, wenn ich hier wäre, ihr drei Boys, dann würde ich jetzt mit dir gehen. Ich geh jetzt erst mal in den Jungel. Also, wenn ich Wessels wäre, was ich ja sogar bin, habe ich gleich meinen Blinkdagger. Was ich ja sogar bin! Wenn ich Magnus wäre, würde ich den Blinkdagger mal springen. Ihr könnt uns mal in den Top kommen und erst mal wichtigere Sachen kaufen, wie einen Forster. Minus. Ach, komm los, ein Ding. Das mach ich nicht. Doch. Ich kaufe mir meinen Forster. Ich kaufe mir gefälligst einen Forster. Hier müssen wir wieder auf die Diverführung drücken. Wenn ich einer aus meinem Team wäre, ne, dann würde ich mir Bottom die Rune lassen. Wenn ich toll wäre, würde ich mir die auch nicht wegnehmen. Ja, toll, das spielt da richtig mit. Hi. Wenn ich da wohl wäre, wenn ich mag das wäre, dann würde ich jetzt mal ganz schnell abfauen. Immer einmal schneller als jemand anderes. Wenn nicht Magnus wäre, was ich bin, finde ich cool. Äh, oben muss einer verteidigen, ich mach das nicht. Also wenn ich du wäre, dann würde ich oben verteidigen. Nee, wirklich nicht, die hauen mich am Tower zusammen. Das schafft ihr der Spillbreak alleine schon. Mimimim. Lass mal unten drauf gehen. Auf die Main. Oh, die haben gleich Top Tower. Wenn ich du wäre, würde ich das bleiben lassen. Nee, nee, zu spät. Ich muss ja mal in die Wallen irgendwie fahren. Oh, das war gut. Slow mal ein bisschen, weil du noch kannst. Waaah! Hohoho. Gott sei Dank, du. Du Charger, du. Mit, mit, drei. Okay, wenn... Im Geil würde mir vielleicht noch kein einziges Mal mein W vorgeschraubt. Das ist eigentlich sauermäßig stark. Was ist denn W? Okay. Hole in. Ähm, da bekomme ich Bonus-Schaden dazu. Das ist halt... Alle bekommen das, oder? Ja, ja, ja. Erstmal das, ja. Vor allem das ist echt gut. Also wenn ich... Wenn ich du wäre, würde ich jetzt echt mit Top kommen und verteidigen. Weil... Landschaft ist das nicht. Der Geist sagt, es darf nicht aufgehen. Ach so. Ja, dann versteh ich das. Dann ist klar. Ey, ganz wenig, ne? Du, du, Schuhe first gegen den Range in der Mitte ist und sich so... Keine behinderte Idee. Na ja, also doch, doch eigentlich schon. Ey, 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 ey. Wenn ich jemand von euch wäre, würde ich jetzt ganz schön Action machen hier oben. Ganz schön Action. Ah, die sehen mich. Geile Scheiße. Also zu mir. Ich komme mit Hulti reingerannt. Komm, wir holen uns einen. Alles klar. Wir holen uns beide. Ich habe übrigens Live-Leach Geld für alle. Ey, lass mal hier. Okay. Okay. Oh mein Gott. Wenn ich ihr wärt, würde ich denn erst golden lassen. Ach komm. Das ist so viel. Aber wenn ich dann das Gold aufgefallen würde. Oh man, es dauert so lange, bis ich die Wahl habe. Die, die tun haben. Als First? Äh, wenn ich du wäre, würde ich jeden Satz ziehen. Ja. Ich muss es leider machen. Wenn ich du wäre, würde ich juggeln. Ich muss es leider machen. Wenn ich du wäre, würde ich juggeln, bis ich den... Okay. Okay. Was? Juggeln? Nein. Was? Juggeln? Nein. Juggeln? 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 Juggeln ist auch schon... Ohi. Ist ja scheiße. Wüsste ich ja im Gegner bald juggeln. Ich tp' lieber mal runter und juggeln den... Morphling. Hattest du Morphling mit dir? Ja. Ich habe ne Ulti, ne? Wenn ich du wäre, würde ich den jetzt verfolgen. Okay. Soll ich mal ein Ulti-er machen? Wer ist das? Tower? Nö. Ich habe den Ulti, ne? erst wenn es einst wird ja und dann hat man den noch erwischt naja ich finde den, wenn nicht du wär würd ich mitsuchen ach komm wärst du? ich hab ihn gefunden halt jetzt komm ich hin alter ja ok du bist doch kein Fliegeskull, der weiß ist so geil beware the wolf mach aber keine A4 nein er hat viel Verschwendung gewesen obwohl ja lass den scheiß sein komm komm mal den Tower wenn nicht du wär würd ich weitergehen wenn nicht du wär würd ich ihn bestypen nee, lass mal wir sind grad oben schade ja so ich hab gleich den ersten Teil von Divine oh guck mal da, da schau ja wenn ich du wär würd ich jetzt ne Spell auf diese Illu hauen sehr gut ja das ist toll schau mal dass ich mich zeugne da ist alles haben die Gift auch, die Gift auch auf mir gekriegt ich hab kein meiner ich hab kein meiner ja 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 Power Threads, also Schuhe, Skullbasher und Assault Kürters. Das ist eigentlich das Wichtigste für den scheiß Penner. Ähm, was haben wir hier denn? Ein Demon Edge. Na dann. Bisschen Schaden und so. Oh cool. Wie ist es mir denn nicht? Achso, klar. Klar, klar. Wenn ich so wäre, würde ich bei der nächsten RP schauen, dass ich nur einen reinbekomme. Das Disgrace wird erwähnt. Den kann man so viel leben. Wieso taunen wir den denn so? So eine Kacke. Da hat die schon wieder vieles Tat, damit die nur scheiße macht. Das ist den hier der Tuck, die Wetzel einen Flach saustark und hauen uns dann noch alles in den Magen. Ja, auf einmal Chi-Chi, ich finischt. Chi-Chi. Chi-Chi. Also Divine ist gar nicht mehr so lang hin. Chi-Chi brauche ich noch. Chi-Chi brauche ich noch. Chi-Chi brauche ich noch. Oleg, ne, zahl nicht. Ähm. Ergibt nicht mehr. Chi-Chi. Ach so nicht, also 2500 Gold brauche ich noch. Chi-Chi. 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 bin ich unterwegs also ich habe doppelten maximale spiel ein bisschen schneller als toter erlaubt wenn ich du wäre würde ich wieder einen wolf weg schicken wenn ich so werde würde ich meine opel kaufen damit sie nicht mehr so schnell sind ja und verdammt nur rags wenn ich du würde ich nicht mehr ernst warte was würdest du ok ganz ehrlich ich glaube das funktioniert sogar mit dem damal gestellten ich glaube irgendetwas stimmt doch nicht weil wir gewinnen was für ein langweiler ist eigentlich der Venomancer ja aber echt hier ne jetzt mal ganz ehrlich ne finde ich nicht ja wenn ich so werde würde ich jetzt wenn ich so werde mitmachen nein er hat noch nicht mehr so eine ludenstelle am Anfang auf dich geht er ach komm ich will mich hassen geh da mal raus oh ne ich bin wieder langsam das gibt es noch nicht Mann ich will doch nur schuhe kaufen ist halt solcher Ausschläge komm nicht mehr als hinterher ja hop auf Venom ja ich hab immer mein ulti dann mach ich ein zwei kills und dann ist erstmal gar nichts mehr pass auf darf ich auch auf Venom kaufen ich hab schon einen ach so ja dann ist ja auch je hey ich sollte doch einen kaufen ja es passt schon ist ok ach komm ey wir machen es ja echt noch kalt noch 1300 Gold bis die Wein in savage fury your bottom tower is under attack ist so dumm ja ey יד HAAA AAAAA F U F K Y A S AAAAA 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 ach du scheiße ach du scheiße ich sehe sie nicht so ey ey ne 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 der hat ein Spiegelbild ja weil du keine Schuhe hast ja das tut es so hey ey Ricky du bist du überbewertet hey ricky wenn ich du wär würde ich das divine beenden und dann danach nach irgendeinem random guide auf diese einen seite die mir geschickt hast gehen ach du kacke okay ach dieses divine courage weißt du ja wiki wenn ich du wäre würde ich jetzt die leute nicht mehr angreifen und sterben wenn ich du werf würde ich jetzt in die mitte rein ja okay dann das mal wie kann man eigentlich ein item aus dem inventar wieder zurück ins die kreis ich würde es an der attack die 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 ein ja ja nein nicht mal mehr in den lernst die Was soll ich denn? Also nur noch Zeit, wenn du ja den GG in den Offset Caption Ja, halt schon, aber... Wo ist er hin? Hä? Wo soll er hin? Replicate wahrscheinlich Ah, klar Arschloch Rowan, na, wenn ich du wär, würde ich das Blatemail verkaufen Was? Das ist echt mies Wenn ich du wär, würde ich das Blatemail verkaufen Und mir dann ein neues kaufen Kaufe dir lieber was Gutes Wenn ich du wär Wenn ich du wär, würde ich jetzt bei Gulshan gucken Hä, versteht ihr das? Ja, das war's Entscheint Die Zeit Wärst Hallo Deckbott Mit deinem Lieblingsmire Ja, da war's Hahahaha 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 Okay, wenn ich ihr wär, würde ich doch nicht mehr durchführen Achtung Was sind denn jetzt die ganzen Feingieste? Feingieste Der Zweig ist eigentlich auch gerade Sie schützen in den Tower, die sie sowieso nicht hätten Ja, ist echt ne gute Frage Also wirklich ne gute Schrauben Wenn der Livestee dabei ist, dann ist der Livestee dabei Das War's noch Wenn ich du wär, würd ich ausdecken. Und ich bin auch in die Haut. Ey, immerhin ist Ulti auf einen geschaffen. Hast du Ulti? Cedric, jetzt mal im Ernst. Wenn ich du wär, würd ich exzessiv das Gewaschen machen. So wie immer. Wieso sagst du das? Ja, mich regts eigentlich am meisten auf. Ja, eben. War dasselbe Schuld? Ey, Junge, wir wenden hier jetzt die ganze Zeit nur noch auseinander. Warte, ich kann sogar mit meinem Achselhöhle. Ich hab doch gleich mal die Weine. Ich hab doch gleich mal die Weine jetzt. Wenn ich du wär, würd ich dann mal richtig in den Gegenden ausrasten und sie richtig töten, Alter. Sie richtig töten, nicht bloß so tun. Nee, nee, nee. Dann verlegs halt wieder. Ja, ich hab ja ein Turmenschschild. Ja, ich hab's doch jetzt gleich. Moment. Jetzt hab ich's. Hoffe ich auch. Hoffe ich auch. Ah, nicht auf die Gegnerfliegen, Cudi. Äh, wollte ich mir jetzt hin, gibt's nix. Cudi ist bestimmt alleine. Cudi ist bestimmt alleine. Wenn ich du wär, würd ich wirklich. Leck. Na toll, die Weinen. Und jetzt? Jetzt hab ich 400 Schaden. Sonst ist nichts. Ich glaub, jetzt die scheiß Spirit Breakers haben. Hat der Two Side. Komm. Die einen lane muss doch hier auch noch sein. Da ist sie. Nein, Leck ist ein Baff fertig. Na, zieh Schuhe und ich nicht. Verdammt. Nein. Hier fahr mal langsam, ist ein Krieg. Ey, warte. Nein. Alter. Ricky, komm mal her. Du bist 30% Bonuskorn von mir. Was? Echt? Hau rein. Aber stimmt. Ja. Aber nur auf meinen. Aber nur auf meinen Base damage. Ja, bei Grund angriff, ja. Ja. Hast du auch nicht so. Aber immerhin. Ey, wenn ich jetzt so wäre, würd ich mit den Wolfen mal angreifen, hier. Wo sind die? Die reden da so. Und schritten. Ach da? Aber stimmt. Porn sich damit. Ja, ist doch geil. Fuck. Vielleicht werden sie ja mehr. Habst du keine Welfe mehr? Ach komm. Ich will jetzt nicht ausrasten den Gegnern. Oh fuck, die haben Gym. Oh kacke. Ey, pass mir lieber auf. Ich muss weg. Ihr seid zwar bloß zu viert, gell. Ich krieg... Nimm uns zwei, nimm uns zwei, nimm uns zwei. Nimm uns zwei. Hahahaha, komm. Jetzt kommst du auch noch davon. Nein. Kühl den Alchemist. Kühl den Alchemist. Kühl den Alchemist. Hey, schützen wir uns in die Weine. Ich hab echt keine Bock, das Spiel jetzt noch zu verlieren. Nein. Oh man. Und Alchemist. Alchemist hat auch noch mit dem Elstrom schon. Ach komm. Du bist als Kicker, als Ernster. Jetzt ist wirklich GT. Ihr seid Kickers. Ich will jetzt mal farmen die Blöde. Ich muss weg. Hilfe. Ja, haut's doch ab. Warte mal auf. Warte mal an, von anderen vier Leuten. Wir haben zwei gekillt. Zwei. Und die Weine verloren. Ja. Gute Ausgang. Ey Rikki, wenn ich du wäre, würde ich nur noch einen Divan holen. Was zur Hölle? Was ist denn das hier? Divine. Divine Courage. Also. Tivas Garden Yoni in Economicon 3. Ihr früher seid Assault Curious. Alles klar. Necronomicon 1. Necronomicon 1. Egal. Es muss eh mal dabei sein. Boah, ein Besuchkarätting. Boah, ist wie Rikki. So, jetzt renne ich mit Power-Treats. catastrophic wand pokemon's schienen. deserveampft. Nichts. Just NEugh. I could test my achievements. Mangeh resumt dann. Eeh, bist du da nichtindehernig. So nicht scheiße. Der hat übrigens einen Wolf von dir übernommen. Ernsthaft? Ja, mit seinem Teil noch dringend. Scheiße, ich hab keine Boots mehr. Ach komm. Du hattest noch nie Boots. Ich hab ne API. Ich hab einen Wolf. Ich hab einen Wolf. Ich lass' dich jetzt hier folgen. Nein, den Wolf. Schade, dass er nicht... Ach komm. Hahahaha. Oh, wie schön einfach reingerannt ins Messer. Das warst du eigentlich gar nicht. Ich hab einfach zackt. Tot. Ich dachte, das wär der andere Wolf. Tut mir leid. Oh Mann. Der ist ja übergelaufen zum Gegner. Also ich tu jetzt hier mal ein bisschen initiaten. Ja, hau rein. Ja, mach das. Ihr seid bloß zu viert und die anderen haben die Wein. Ja, die sind bloß zu zweit. Da sind wir im Vorteil. Die haben übrigens einen Jam auch noch. Du weißt schon, dass da kein einziger Gegner auf der Karte ist. Die können genauso auch zu siebten sein. Hallo. Hallo. Hey, die beiden sind zu fünf. Hau's ab, hau's ab. Wo war ich die drinnen? Oh Mann. Ja, mein... Ach komm, Mann. Oh Mann. Ey, Alchemist macht gemütliche Führung an irgendwas Schaden. Kannst du's bitte präziver nennen? Ich hatte leider nicht so viel Spaß in meinem Bewein. Heu, ich gehau dir rein. Heu, mein Freund. Er hat mich geschwein seines Lebens. Er denkt, sie ist kommen. Wir verkacken nicht mehr. Ah, mein Instincts auch. Ja, natürlich. Ja, natürlich verkacken bis jetzt. Und weißt du, wer schuld ist? Du! Nein! Oh, die haben immer noch gem. Fällt mir gerade aus. Du bist schuld. Ja, weil du nicht darauf aufpassen kannst. Komm, Samhauen, Samhauen, Samhauen. Ich bin treu. Da geht's drauf. Du. Sowas aber auch. Was wäre denn hier? Ich kann was schaffen. Ja. Also, wenn ich nur wäre, würde ich jetzt mal die Spurs. Anständig spielen. Wenn ich du wäre, würde ich jetzt den Achimus töten. Ja, das würde ich auch tun. Nein! Coole... Ich hab schon wieder keine Schuhe. Jetzt jetzt Hex! Können wir einfach mal dieses Spiel gewinnen? Scheißegal, bis du es gewinnst. Ey, wir brauchen noch... Noch hundert Sekunden. Ja, mach dann. Ach ja, wenn ich du wäre, würde ich die nächste OP einfach so verschleudern. Komm, ich könnte so kotzen. Ich brauch doch einfach nur Scheiße. Ey. Of course. Wie du den Divine OP vor abgibst und er sich danach gleich Hyper Stone holt. Ja, wie ich einfach Divine First gehen musste, weil Nurax gesagt hat, wenn ich die Wir spielen gerade, wenn ich du wäre und bei mir wurde gesagt, dass wenn ich ich wäre, muss ich einfach einen Guide durchspielen. Der hat keine Boots drin! Ja, äh, Ruth. Ja. Musst du Divine First kaufen. Oh, Mann. Obvious, kannst du bitte deinen... Äh, nicht Obvious, wie heißt der... What the... Du kannst du bitte den Boot da aufbauen und kann ich einmal schneller... Der ist sicher gescaped, oder? Doch, doch. Der ist er escaped. Der hat schon linken Sphäre, auch schon. Da ist der Trick aus der Boots. Loll. 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 D. X. Loll. Lass mal hier den Alchi töten. Wenn wir mal den Divine wieder haben. Alle auf Alchemist, scheißegal was ist passiert. Wenn ich ihr wäre, würde ich jetzt nur noch auf Alchemist gehen, scheißegal was passiert. Okay. Ah! Kurier! Der hat das... Nein, oder? Wenn wir in vier Gegner drin stehen. Ja. Und der Alchemist nicht da ist. Dann ignorieren wir also den anderen. Dann gehen nur noch Alchemist. Ja! NICH! Oh ja. Da. Wie herumschreitig der Boots. Ja, hallo. Ich hab wieder... Ich still jetzt mal den Creep, okay. Ich hab wieder abgegeben. Oh, verdammt. Weißt du nicht. Hacke. Mann. Komm, 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 komm. Meine Welfi sind tot. Wenn ich so wäre, würde ich die RP einfach so aktivieren. Einfach so. Ohne das jemanden falsch. Nein, nein, nein. Ach komm. Ey, dann können wir den nächsten Fight nicht machen, ne? Ja, ich weiß. Wie du grad... Deine RP auf Minions of Creeps gemacht hast. Hä? Ja, ich hab gedacht, dass man blinkt, der gern ein bisschen weiter geht. Ja, nicht. Ganz. Ah, mein Instincts... Mitte. 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 Wenn ich du wäre, würde ich nicht bitte gehen. Hier weiter pushen. Wenn ich du wäre, würde ich trotzdem nach oben gehen, weil der Tower schon fast im Arsch ist. Okay. Ey, lass uns lieber mal gemeinsam pushen, anstatt dass wir uns wieder auch... Oh, Mitte. Kommst du, gib mir neuen Bisschen. Oh, Mitte. Ja, wir müssen Eichen Mist noch töten. Ja, das stimmt allerdings. Ich hab mir nicht so, dass der Tanki wäre oder sowas. Wenn ich... Wenn ich... Wenn ich du wäre, würde ich den Laden fokussieren. Oh, hallo. Nein, wir müssen Eichen Mist noch machen. Wie ist das hier streng? Oh, nee. Ihr rastet ja schon wieder aus, wenn ich nicht da bin. Eichen Mist? Ja, das ist eh verkackt, das Spiel. Der hat doch schon einen Jöl hier. Ja, der hat schon die Beine. Ja, der hat den Rest noch geschafft. Ja, der hat den Rest noch geschafft. Ja, der hat doch alles umboxen. Ja, der hat echt sonst nichts, am Farm hier. Ja, der hat den Kraner geraten. Ja, GG würde ich sagen. Nein, hallo. Wir sind gerade mal bei uns in der Base. Wir sind gerade mal bei unserem Engine. Ja, ich hoffe es auch. Ohne Wissen, das waren zwei von den fünf Leuten gegen drei von uns. Und das war noch nicht mehr der mit dem Design. Hm, richtig. Ich glaube, das ist ein verreckter Troll. Da liegt ein Jöl. Ja, ich weiß nicht, weil du das... ich kann jetzt direkt ausmachen Alter, Hüttrick, wann kannst du dir eigentlich einen Hut kaufen? Ich muss den 5 Minuten ausmachen Ja, wenn ich tu wär, dann würde ich das nicht tun Ich kann jetzt nicht situationsbedingte Items machen, dann hab ich endlich mal Schuhe Ja, hau rein Boots, du raus Aua So, was ist denn die nächste Suisse-Reaktion? Baiten hinterherjagen, oder was? Obvious, wenn ich du wär, würde ich zu deiner Mutter immer Fick dich sagen Fick dich, Fick dich, Fick dich, Fick dich Nein, nicht der! Doch, doch, schau mal den, schau mal den Go, 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 als die Haut Oh, kacke Und der auch noch Ich kill da mal kurz einen Maiden Darf ich sie killen? Ach komm, sie forsthaft sich weg Was für ne Furt Ich brauch irgendwie Leben Kauf dir doch Power-Treats Ich hab selbst einen Tango Tatsächlich, wenn ich du wär, würde ich da hingehen und ihn holen, den Tango Ach Du hast kein Leben Du brauchst Reachen Mach Hardcore, steht nicht in meinem Guide drin, dass ich Tango's brauche Okay, passt Da war einer drin Da war einer drin Da sind die alle drin, ne? Tatsächlich Da ist doch Alchemist alleine Da ist doch Alchemist alleine Hey Oh Wir drassen Leute Oh, die kommen zu uns Abhauen, abhauen Wenn ich du wäre, würde ich fighten Nein, ihr geht jetzt zurück RP Feste Komm, jetzt haben wir nichts einsam Alchemist, 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 Alchemist Alter, der hat kein Ulti, der hat kein Ulti Generell gar nichts Komm hinterher Ich auch Ja Ich rieb ihn wieder Ich hab ihn wieder Juhuuu Wenn ich rieb, würde ich mich schon verschissen Okay, dann geh ich mal Tschüss Komm, wir pushen hier unten gleich mal Okay Guck, das war doch mal ne sinnvolle Aktion von mir Einfach mal zu sagen, wenn ich du wär, würde ich behalten Ja Ja Fress, glaubst du fressen Wölfe, auf den Tower Aber beide Ja, meine Wuhuuu Ah, sie fixe Ach komm ey Oh man Komm her, Crystal Maiden Ja, du bist so dumm Ich hab... Oh, oh, oh Jaa Ich hab das Single zuerst The second tank Beware the Wolf Ich hab 2600 Gold Soll ich mir Necro 3 bauen? Soll ich mir Necro 3 bauen? Ja, ist dir dann ein Geil Ja, stimmt, hast du recht, dann baue ich Necro 3 Gleich mal hier in den Quick Buy rein Ja, aber... Ja, endlich, dann hab ich endlich mal Mana um Blinkstrike zu spammen Ne, aber so an sich... Hier ist ein Troll, hier ist ein Troll, hier ist ein Troll Was ist mit ihnen? Oh 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 Was war'n das? Was so'n Scheißdiebe einen ausmacht, ist der Wahnsinn Das war ja Hi Ricky Hi Ricky Hi Ricky Wo sind's da denn? Ich renn hinterher, ich geh in die Base rein Ich geh in die Base rein Aber wenn ich do wär, würd ich das echt tun Aber wenn ich do wär, würd ich das echt tun He B р Oh Ja Wenn ich do wär, würd ich mich només Okay Zu G reedic ironic Ricci, wenn ich du wär, würd ich mich jetzt ganz Okay Is Immer noch verfissen? Nein Immer noch? ok jetzt will ich mich wieder verpissen alles klar das ist noch schlechter der macht 500 schaden mach dein drittes item du stirbst also ich habe einen necronomikon also level 1 hey du hast du gut was soll es ich will dich verkaufen nicht machen du hast ja früher die weinen hä ja jetzt aber gleich nicht mehr ey leute ich verteidige mich ja die haben jetzt wieder tausend centri die haben jetzt wieder den fucking divine hey das ist ja geworden wenn ich du werde ich für alles geld was so aus centries kaufen du hast immer noch nicht deinen kerl verlassen ich nehme den centri ich habe 12 centries habe ich jetzt mal aufgenommen von dir ich habe 12 centries ja die hat nur dachs gekauft und sie in die base gelegt ganz schön nett das war voll gut von mir oder ja nimm den mal wo ist der gem hin der gem ist weg das medallion auf courage warum das er hat sich gemorpht ja weil er nicht irgendwer aufgenommen hat lass dir mal alles mit jams wir hatten jetzt den divine nennt ich habe es dann gehört troll hat divine noch oder alles klar wir haben in der mitte über die strueside wem gehörte das medallion niemanden gegner okay ich habe es noch nicht zuerst ich dachte das gehört euch äh der kommt hier runter okay wir pushen mit dann wird er jetzt ewig lang erstmal sein das gilt nicht mehr aus dem debaar alles klar alles klar hinter uns war übrigens ich port mal nach oben barack und barack kommt lass uns doch lieber pushen ja stimmt das ist ja die die barracks sind unter attack scheiße die erfassen BAMM ich muss weg haut rein ist klar dann hauen wir mal ab dann hauen wir mal ab dann hauen wir mal ab ach so dann muss man sie ziehen das ist blöd das ist schade ihr könnt ja am agnes weiterspielen wenn ihr den ulti baut warum ist da eine ilo von dir top 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 ja aber der hat keinen trug seit top hoch wie lange bin ich noch tot ach du kack ich sterb gegen creeps aah wie keine ignite auf morfling macht ach der stumpf nicht fix noch gegen hier ist das so glatt Alter, komm komm! Ha, was ist das noch? Nullox ist eigentlich schwarz, Yen. Wo ist die Nullox jetzt hin? Der muss gehen, hat er gesagt. Der muss gehen, hat er gesagt. Boah, ich kann ja die mehr abnehmen, überhaupt nicht. Boah, ich kann ja die mehr abnehmen, überhaupt nicht. Was? 12 Sentries? Du hast einen Ulti. Ist so. Rekki, mach dein Ulti. Mach, mach Ulti. Ja, okay. Oh, ich bin wieder mit dabei. Komm, wir rennen jetzt rein. Gleich. Crystal Maiden? Crystal Maiden. Crystal Maiden. Ach, scheiße. Der war toll, Bruder. Ah, toll. Ja, bleib mal stehen, oder? So. Nicht du werde dich bis zum letzten Moment fighten. So wie du gerade? Richtig. Your middle tower is under attack. How could you let that happen? Ja. Markus ist rauer. Ist der ins Bett, oder was? Der Kleine? Ja. Hihihi. Hihihi. Der hat voll die komischen Eltern. Ja. Ja, die haben alle drei. Die haben Grußheit. Die ganzen Worte in der Mitte sind weg. Oh Mann. Super. Super, super. Super, super. Super. Du musst deine Blade mal anschalten, wenn Troll auf dich drauf klopft. Musst du dir jetzt ernsthaft ins Bett? Ich hab gedacht, das wäre ein Scherz, das dir uns erzählt hat. Nein, das stimmt schon. Er hat gemeint. Okay. Seltsam. Ist ja auch erst so, um die zwölf. Ne, plus minus drei. Der ist noch gestorben. Oh, der Troll ist fast tot. Jaaa. Komm nicht hinterher. Ulti. Ja, hau mal lieber ab. Ne, ich stunne. Hehehe. Nein. Der Troll ist fighting for its life. Ey, hier, Tower mit dir. Ich find der Troll ist auch nicht wichtig. Seitdem er die Reine ist und der Alphabete in den Fight Reine ist. Das ist ja bei der Angst hat, weil er keine Bones hat, dein Boy. Ja, der echt ging. Aber er verreckt wird dir die ganze Zeit davor immer, wenn du in Fight Reine gehst. Ja, ach. Weil er ganz genau weiß, dass das scheiße ist. Ja, wer ist denn da unten jetzt? Komm, ich hol mir die jetzt. Zumindest du willst ne Maiden oder sowas. Ja, unten. Ja, komm! Komm! Der...Invasion. So ein Necronomicon 3 endlich fertig. Ich versuch mal, dass ich bisschen backdoor'n kann. Jaaa, weiß nicht. Mach nix falsch. Ja, zumindest unten die Dinger halt hier umreißen. Da haben sie wenigstens schon mal eine Seite, die weniger pullt. Mhm. Und selbst wenn nicht, wäre sowieso bloß zwei Minuten weg, wenn ich tot bin. Also von dem her. Haha, bloß. Nur? Wir brauchen nicht einen Fight gegen Troll. Hast du jemanden, machst du mal Level eigentlich? Der Rest ist... Nö. Der Troll ist irgendwie so. Irgendwer. Der Morfling. Morfling hat schon. Alter, Hut! Dein Mikro! Dein Mikro! Dein Mikro! Waaauuuuuck! Mann, das ist selten. Ich kann es mit der Backdoor schützen. Boah ey. Hier, äh, Mittel. Oh, ich gehe der Morfling. Voll schade, dass... Ich hab die Blüfs hier nicht zu fixen. nicht im Worn und Worn gekillt hat aber ich hab Boots hast du nicht Necro? Scheiße stimmt bau das mal auf 3 aus, das ist saustarkes Item ja gut, mach ich doch dann haben wir nicht mal ein Desolate in unserem Team drin und ja, soll ich einen kaufen? wär supi, ja der muss aber so sagen, wenn nicht du wäre nee, dann muss ich den kaufen wenn ich du wär, Sandro, dann geh ich den ja, mein ich ja ja okay, dann kauf ich den wenn ich du wäre, würd ich sagen, wenn ich du wäre, würd ich ein Desolate kaufen ach, ich bin so sauer, ich glaub ich hol mir jetzt dann ein Eis wenn ich du wäre, wär ich gar nicht so sauer ja, das geht ja nicht würd mir aber trotzdem ein Eis holen nein, toll, wegen dir muss ich jetzt mit Eis aufessen wenn ich ihr wäre in der Mitte, dann würd ich jetzt mal weggehen ganz schnell könntest du eigentlich schon quitten, oder? wenn ich Mienenopfer wäre, würd ich auch mal wieder was sagen ja, aber das ist eigentlich viel zu lustig, das Game naaa keine Ahnung, es wär, wenns, es wär einfach nur ein Rape gewesen, wenn wir normal gespielt hätten also, wärs halt, wärs halt wirklich aber jetzt ist es halt auch so lustig geworden ja, nein, wir sind ja alles immer Scherzgekse suche ja, nein, wir sind ja alles immer Scherzgekse suche ja, Leute, die Scherze machen, ja, Leute, die, die, die glücklich sind, bäh ja, wär echt so, tryhards ja, wär echt so tryhards ja, wär echt so tryhards hindern jetzt alle in der Mitte kommen sie alles bloß auf der readym würde ich sagen, stimmt verleugnung oh ja, ey, den kommt angerannt weg 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 Ah, scheiß, jetzt hat er es wieder ein. Ja, wie? Hey, ich hab dich gerettet. Wo ist eigentlich der Tor? Wieso ist denn hier ne Fights dabei? Was ist das für ne Musch? Ey, der wird bestimmt unsichtbar unter die X-Termal, kommt dann rein. Der kommt die ganze Zeit hier bei mir. Was für den Farben in der Herzen? Eigentlich. Ich kann den ja noch nicht Endequip haben. So, halt bitte. Alles klar. Kommen wir mal weg! Ach, ihr misst. Da hängt ja gar nichts. Wirf vielleicht mal den Schaden eigentlich zurück und kriegst du den. Du kriegst den auch. Passt schon, passt schon. Ich hab kurz gelesen. Hasslesen. Heute gelesen. Und gebildet sind. Ja, es ist ne Schlaule. Äh, Pass gebildet. Striebes. Von, von Bild. Achtung, Mobbling. Ja. 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 Das sieht immer noch sein Links. Ah. Nein! Oh, oh. Achtung, Troll. Geh raus. Geh raus. Geh raus. Geh raus. Ich benutze jetzt mal den Magnus, um das Ulti. Jetzt hat der auch noch ein Shadowblade. Hat er schon die ganze Zeit. Geh raus. Ja, für den Haben hier. Ja, ok, Rad. Geh raus. Du, 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 du. Geh raus. Abraken hier. Du. Guck. Der hat, der hat den Spann. Ich. Ey, machst du mir jetzt die Weine? Geht nicht. Geht nicht. Ach scheiße, stimmt ja. Alter, ich hatte gerade das Uber Micro und hab zwei Helden gesteuert. Warum hat Micros Warp gekauft? Das geht immer noch nicht. Ah fuck, der wird doch nicht gleich. Alter, übertreibst mich. Oh fuck. Hast du ein Glück damit, hier der... Meister or not. Ja, der hier, äh, W. Der Wegkommen, meister, sagst du mal. Ohne und zum. Oh, warte mal. Das ist, äh... Stun. W. Weg für den. Der hat links schwer. Ja, trotzdem W, dann kannst du es gleich nochmal machen. Das ist magisch. Hau doch drauf, sich nicht. Nicht schmerz. Kann doch nicht. Wie denn? Oh, kein Tower mehr. Defensive Schatz. Rechtsklick. So. Ah, die Scheiß. Hier. Ohne Scheiß, wenn der... Troll, wenigstens mal mitten in Team, falls wer hätte jetzt hier verloren können. Ja. Aber der traut sich das ja nicht. Nö. Der macht echt gar nichts. Komm, lass fertig machen. Wenn einer... Sehr schön. Wenn einer fehlt, dann haben sie eh schon verkackt. Nö. Go, lass bitte zu. Und einer soll zurückbleiben und deffen. Ja, ich spawne ja gleich. Dann... Nee. Ich kann nichts ablegen, dass ich... Hat jemand... Nimm mal den... Ah ok, du hast ein Town Portal dabei, Sandra, dann passt es schon. Vorsichtshalber. Lass mich durch. Mach ihm dicken Flächendamage. Ah. Ich muss wahrscheinlich runter posten. Ich hab mir jetzt einen Radiance geholt, die er noch hat. Hier Mitte und so. Was? Nein, wir pushen jetzt. Mach der da. Der kommt. Fuck. Ja, komm. Die machen Backdoor. Ich schau, dass ich weiter pushen kann. Ich kann mal kurz die Maiden. Achtung. Charge. Ich komm vorbei. Beide. Wie einer Menschen mit über 3000 Lügen, Alter. Scheiß dir an. Schau, dass ich gleich bin. Ja. Ja. Was? Magnus ist gestorben. Haha. Ich hab ihn reingeschaut. Hehehe. Sandro, geh zurück, wenns geht. Ja, ich kann nicht. So, ich hab jetzt einen Dessentator. Freust du dich jetzt? Äh, erstmal 100 Minuten lang nicht. Ja, ich hab wenigstens die Rex einreißen können. Und pushen die Creeps wenigstens nicht mehr so stark. Ja, aber jetzt sind die wieder in Überzahl. Ah, Nekro 3 oder so. Ne, sind sie nicht. Erstmal nicht. Die sind eh schon die ganze Zeit in der Urzahl wegen Magens. Ne Urzahl. Ne Urzahl. Ne Urzahl. Ursa. Kurzer Saga. Kurzer Vermächtnis. Boah. Boah. Touché. Ich glaub ich mach mal kurz Roche Solo. Touché. Da steigen, da steigen unsere Gewinnchancen. Ich hab ja noch ein Portal dabei. Was ist denn du jetzt so weggelegt? Was war ein Magic-Stick für? Damit ich ihm noch einen Platz hab für... Oh Gott. Magic-Stick. Du 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 du. Ja, aber hier. Boah. 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 Wer soll den Krieger töten? Macht ihm noch eh nix. Ne, lass doch mal... Achtung, Backdoor. Wir haben Backdoor. Wir haben Backdoor. Wir haben Backdoor. Hau ab. Hau ab du kacke. Hau ab du kacke. Ne. Er ist beim bisschen Schemida genommen. Lauf, wir haben den aufschirmacht. 5 Sekunden bin ich da. Ah, ich hab seinen Ring auf der Quealer genommen. Ausversehen. Komm, jetzt werden wir die Haare nochmal durchpushen. Eeeeeeeeh... Einer dann zurück gegen den Ficker. Ich glaub zurück, ich glaub zurück. Schnell, geht's durch. Okay. Ich roll. Ich los mir noch. Go, 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 go. Portal. Wah, jetzt dabei. In allen Fälle. Eeey, Sandro wir rennen gleich durch. Weil die haben Eblos noch die Tower. Bot Barracks. Er ist tot. Ja Bot Barracks. Achso. Da ist wohl kein Bock der Boi Da Mitte, 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 Mitte Ja, die haben nur einen verloren gehabt Ja, die haben nur einen verloren gehabt Die Mars Komm schon Nein Geissen wir Oh Oh Defeated Ja hier, den kann man ja fast schon 5 Sternchen geben War ja so lustig mal hier Ja, das war schon 5 Sternchen lustig Ja komm so... Ich hab 58 Minuten meines Lebens vergeudet Ich bin jetzt...